hallo meine freunde und herzlich willkommen zur zweiten folge youtube push auf meinem kanal wenn euch die erste folge gefallen hat ja dann hoffe ich mir gefällt die zweite folge euch auch und heute schauen wir uns lightning doctor x an und ja zu dem kanal hat 26 abonnenten ich weiß gar nicht genau wie lange der schon videos macht das können wir kurz mal nachschauen da wollte ich jetzt eigentlich nicht drauf gehen ok also der erste stream war von ihm vor vier wochen also gar nicht so lange dabei wie gesagt hat 26 abos ist auch ein gaming kanal wie mein hauptkanal da kommt ja auch eher gaming ja videos bisher noch nicht viele was ist videos sind ja eher live streams was bisher kam deswegen ganzen livestream glaube ich schon bei uns jetzt nicht an hier ist ein kurzes video das vor einer woche online kam das schauen wir uns gerade mal an ja 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 und wenn ich die Klinik sehe kann. Ja. Mein Halam-Bundehalt und mein Halam-Bundehalt ist mein Gehirn und wenn du schon gewohnt hast und mein Jonas So erstmal sein Kanal-Folo gebannt. Okay. Gleich grad nett genommen auch, voll ziemlich egal. Aber das ist alles mega cool. Ja, das bedeutet einfach bis jetzt nicht mehr zu hoch und auch hoch gehen. So. Warte mal. Ist das hier sein Hauptkanal oder hat er den jetzt wieder neu gemacht? Egal. Auf jeden Fall das war das kurze Video ja, okay. Thema was kam? Ich denke mal das soll Thema Face Game heißen. Ja, gibt's eigentlich gar nicht mehr so viel dazu zu sagen. wenn euch Gaming gefällt, also die Live-Films hier das sind alles Rainbow Six Siege? Rainbow Six ist das alles die Live-Films, die da bisher kamen. Das Video kam vor einer Woche und ja, wie gesagt hat 26 Abos ist auch noch relativ kleiner Kanal. Hat auch noch nicht so viel auf dem Kanal. der erste Live-Film war vor vier Wochen ob es schon davor welche gab, weiß ich jetzt nicht. Ansonsten das war's dann von mir mit der zweiten Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Wir sehen uns dann bald zur nächsten Folge wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen und dass das Format euch gefällt. Wir sehen uns dann bald wieder. Haut rein, bis dann und ciao.